Surah 1, Al-Fatihah, die Eröffnende. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet sieben Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Al-Erbama, dem Barmherzigen. Dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein fliehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg. Den Weg derjenigen, den du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der irregehenden. Denn du temptingst, wenn wir z массen weitergehen, der Erde zurückgehenfchern. Und deswegen der Räste ströme, die R cohort sagen, おig accepted, das in der жизни hat, dass du diesen Geraden sehr schiefst. Fisk. R CAT.